Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Advent-Video! Doch dann versucht die Hedgay, den Wissenschaftler mit der Schrumpfkonone aufzuhalten. Wenn ihr wissen wollt, was Hedgay als nächstes tut, schaut euch das nächste Video an. Ich würde mich sehr über ein Like oder über ein Abo freuen. Und damit sage ich auch schon Tschüss! Bis morgen! Make it!